Willkommen zur Partie unserer Kickers gegen den TSV 1860 München. Die Löwen zu Gast in Würzburg. Wer ist die Nummer 1 aus Bayern in Liga 2? Diese Frage, die klärt sich in den kommenden 90 Minuten. Und damit rein in die Partie. Gleich in der 5. Minute der 1. Warnschuss der Gäste. Doppelpass zwischen Olic, Mölders und... Ui! Drüber! Der Olic war's. Dann die Kickers. 34. Spielminute. Foul an Dachfuß. Gut 27 Meter. Da legt sich das Ding selbst hin. Netsch mit ihm. Dachfuß und... Tor für die Kickers! Wir sehen es gleich nochmal. Abgefälschtes Ding von Matt Moore. Unhaltbar damit für Zimmermann. Rein ins Tor der Löwen. Und die, die versuchen gleich die Antwort zu geben. Im Mittelfeld Foul von Taffer Zofa. Deshalb Freistoß für die Gäste. Anlauf und... Wulnikowski lenkt das Ding noch über die Latte. Dann, Achtung jetzt! Und... Drin ist er! Tor für die Kickers! Prima Ball von Rico Benatelli auf Elias Soriano. Die Italian Connection macht in der Verlängerung der ersten Halbzeit alles klar. 2 zu 0 für die Kickers. Das gleichzeitig auch der Endstand. Damit... Kickers 2. 60. 0. Unsere Rothosen schlagen die Löwen aus München mit 2 zu 0.